Es gibt Menschen, die mir unterstellen, ich sei nicht kritisch genug und würde Bücher immer nur schönreden. Das tue ich gar nicht. Ich versuche einfach immer das richtige Publikum für Bücher zu finden und in den Vordergrund zu stellen, für wen so ein Buch interessant sein könnte, weil ich eigentlich glaube, so richtig schlechte Kunst gibt es nicht wirklich. Handwerklich kann man sich darüber streiten, aber ich finde, man muss immer die richtige Zielgruppe für was finden. Und diese Leute, die sich von mir einen kritischeren, objektiveren Ansatz wünschen, die müssen jetzt sehr, sehr tapfer sein. Denn ich liebe Spawn, seit ich ein kleiner Junge bin und es eigentlich noch gar nicht hätte lesen dürfen. Spawn ist das Hauptwerk von Todd McFarlane, dem Gründer des Image-Verlages, der jahrelang große Beliebtheit und Bekanntheit erlangt hat, dadurch, dass er der Hauptzeichner von Spider-Man war. Und ja, also der hat sich damals zusammen mit einigen anderen Künstlern, darunter auch Erik Larsen, der ebenfalls lange Spider-Man gemacht hat, heute Savage Dragon bei Image und viele andere Dinge, mit denen hat er sich von Marvel verabschiedet und halt sein eigenes Ding gemacht. Dieses erste Ding war Spawn. Es gibt tatsächlich Superhelden und deshalb mache ich dieses Video auch, weil es wird ganz viele Leute geben, die Comic-Fans sind und natürlich von der Existenz von Spawn und der ganzen Mythologie, die darüber Bescheid wissen. Ich mache dieses Video hier eigentlich für die Leute, die glauben, dass Marvel und DC alles an Superhelden-Comics zur Verfügung stellt, was es gibt. Das ist nicht so. Da gibt es einiges mehr. Und ich glaube, der dritte große wichtige Player ist nach wie vor Image, auch wenn die heute viele Serien machen, die mit Superhelden nichts zu tun haben. So Kleinigkeiten wie The Walking Dead oder Saga oder das großartige Drifter von Nick Klein erscheint in Deutschland bei CrossCult. Ja, da sind auch Superhelden-Geschichten erschienen. Andere Superhelden-Geschichten. Und was war daran so anders? Bei Marvel hat Herr McFarlane beklagt, dass er wenig kreative Freiheiten hatte, was auch so explizite Sachen, Gewaltdarstellung, intensivere, härtere Themen angeht. Und deshalb hat er Spawn geschrieben und hat in Spawn ganz, ganz viele dieser Ideen verarbeitet, ist später dann irgendwann in den Hintergrund getreten, sowohl als Zeichner als auch als Autor und hat jungen Künstlern das Feld überlassen. Die Serie läuft bis heute. In Spawn geht es um Agent und Killer Al Simmons, der nach seinem Tod unbedingt wieder zurück zu seiner geliebten Frau Wanda möchte. Deshalb verspricht er dem Teufel, ich nenne diesen Dämon jetzt mal einfach so, tatsächlich ist die Sache ein bisschen komplizierter, verspricht dem alles zu tun, was er tun muss, um wieder zur Erde zu dürfen und seine Wanda zu sehen. Ja, wie das bei Deals with the Devil so ist, das wissen wir spätestens seit Goethes Faust, hat die Sache immer einen Haken. Und er, der bei einem Explosions-Brand in Anführungsstrichen Unglück ums Leben kommt, kommt halt in einer Form zurück, die diese Hautschäden auch klar reflektiert. Er sieht furchtbar entstellt aus, hat aber gleichzeitig auch eine Art parasitären Umhang. Der verhält sich ein bisschen so wie dieser schwarze Symbiont aus Spider-Man, der später Venom wird, also mit einem eigenen Leben, eigenem Bewusstsein und so Tentakeln und Ketten und alles sehr Metal und sieht einfach ungeheuer stylisch aus. Was übrigens kein Zufall ist, weil Todd McFarlane ebenfalls maßgeblich an der Entwicklung von Venom beteiligt war. Ja, und stellt dann halt fest, dass er nun im Grunde einer der Krieger Satans, einer der Krieger Malebolias ist und für ihn böse Seelen rekrutieren soll. Also, etwas weniger euphemistisch gesagt, schwere Jungs um die Ecke bringen, damit die Hölle mehr Soldaten hat. Dagegen wehrt er sich zu Beginn und er wehrt sich auch gegen dieses merkwürdige Konstrukt, mit dem er verbunden ist und lebt zunächst unter den Obdachlosen seiner Stadt. Das Ganze ist sehr, sehr düster und zynisch und, ja, ich wiederhole die Formulierung nochmal, sehr Heavy Metal erzählt. Ist brutaler, ich erinnere mich dran, dass die Kiosk-Version von der Erstveröffentlichung damals im Infinity Verlag tatsächlich auch einige Sachen ausgepixelt haben. Die gab es dann nur in diesen Prestige-Versionen, das waren Paperbacks, die es nur im Comic-Laden gab. Es hat religiöse Motive, das heißt also, es wird über Fanatismus gesprochen. Es gibt eine Episode, wo, ja, im Grunde Spawn jemanden vor dem Ku Klux Klan beschützt. Es gibt als Widersacher einen Kindermörder, der also tatsächlich als Eiswagenverkäufer getarnt kleine Kinder auf den Straßen aufsammelt und ermordet. Das sind alles sehr, sehr schwere und morbide Themen, die zu dem Zeitpunkt Anfang der 90er Jahre eigentlich noch nicht wirklich einen Platz bei den großen Verlagen gehabt hätten. Und das Ganze wurde ein riesiger Erfolg. Es gab einen Kinofilm und gleichzeitig hat Todd McFarlane auch eine eigene Spielzeugreihe herausgebracht, zu Spawn und McFarlane Toys gegründet. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, weil sie noch heute mit die schönsten und geilsten Actionfiguren, wie ich finde, produzieren, auch für viele andere Franchises. Ja, es gab zahllose Spin-Offs. Es soll demnächst eine Serie um Sam & Twitch geben, die von Silent Bob Kevin Smith inszeniert wird. Es gab Curse of the Spawn, die haben wir hier einmal stehen, die auch nochmal so Nebencharaktere aus der Hauptgeschichte, Bösewichte oder eben diese Polizisten Sam & Twitch, bevor sie ihre eigenen Serien bekommen haben, in Storys gezeigt hat oder den Spawn aus der Zukunft. Denn dieses Kostüm hat sich im Laufe der Jahrtausende mit vielen anderen Trägern verbunden. Das ist auch immer wieder ein Thema. Eine riesige, komplexe, düstere und sehr, sehr stylische Superheldenwelt, von der viele von euch wahrscheinlich noch nie was gehört haben und zu der ihr Zugang bekommen könnt. Und zwar über diese Bände, die bei Panini Comics erscheinen. Die kosten jeweils 29,99 Euro, haben aber einen sehr ordentlichen Umfang. Vorne schön teilweise mit Sportlack abgesetzt. Der Untergrund ist dann matt. Das sieht richtig schick aus. Und die zeigen halt fortlaufend die Hauptstory von Spawn. Mit Curse of the Spawn sind jetzt auch die ersten zwei Bände erhältlich, die diese Nebengeschichten zeigen. Es gibt außerdem noch weitere Geschichten um den Violator zum Beispiel, die man bei Panini noch im Paperback bekommt. Da haben es geschrieben worden von Alan Moore, der unter anderem wie Frau Vernetta Watchmen geschrieben hat. Also der Herr McFarlane hat einiges an Personal mobilisiert, das ihm geholfen hat, Charaktere für Spawn zu entwickeln. Darunter Neil Gaiman, den Schöpfer von Sandman oder der Romanvorlage von der neuen Amazon-Serie American Gods. Neil Gaiman hat nämlich den Charakter Angela für Spawn geschrieben. Also quasi eine Art Anti-Spawn, eine Engelskriegerin, die erstmal Els und Spawns Widersacherin wird. Nach einem Rechtsstreit darüber, wo diese Figur hingehört, hat Herr Gaiman die Rechte zurückgewonnen und tritt Angela jetzt, vielleicht klingelt es beim einen oder anderen, beim Marvel auf. Und zwar als Schwester von Thor und Loki aus Valhalla und als Guardian of the Galaxy in der aktuellen Reihe von Bandits. Ihr seht also, Spawn hat sehr, sehr viel tatsächlich für Comics getan. Marvel und DC haben nach dem Erfolg gesehen, dass es Sinn macht, schwerere Themen zu behandeln, dass es Sinn macht, expliziter zu sein. Es gab dann erstmal so eigene Versuche, so Sublabels vorzustellen. Bei Marvel war es damals Max, wo man ein bisschen experimentieren konnte und ein bisschen freizügiger und brutaler sein konnte und erwachsene Geschichten erzählen konnte. Und Spawn hatte seinen Impact auf die Comic-Welt. Und ich liebe es noch heute. Es gibt so ein paar Oldschool-Comic-Fans, die sagen, das ist alles hier moderner, plakativ, brutaler Käse und hat nichts mehr mit den großen Künstlern zu tun. Falls jemand Drifter mag von Nick Klein und Ivan Brandon, das erscheint bei Image in Deutschland bei CrossCult. Mit Nick Klein habe ich mal ein Interview gemacht und ich war mir mit ihm sehr einig, wie großartig Spawn eigentlich war. Und für mich tatsächlich auch damals ein Eye-Opener, was Musik angeht, weil im Filmsoundtrack ganz viele Metal-Bands auf Elektro-Projekte getroffen sind. Das ist auch nochmal ein Tipp für euch Streaming-Dienst-Nutzer, wenn ihr da mal ein bisschen Soundtrack haben möchtet bei euren Spawn. Leser-Abenteuern. Ich hoffe, ich konnte euch neugierig machen. Ich liebe Spawn. Diese Hardcover-Reihe ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die Serie nachzuverfolgen und sich im schicken Gewand ins Regal zu stellen. Hinterlasst mir wie immer gerne euer Feedback oder vielleicht eure Erfahrungen mit Spawn. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, rasselt mit den Ketten. Macht's gut. Macht's gut.